Hallöchen! Herzlich Willkommen zu The Ship Remastered Version. Oh, wir sind mal auf den Server gegangen oder ich bin mal auf den Server gegangen und durchfußt jetzt erstmal das Schiff nach geeigneten Waffen, die mir helfen werden, meine Feinde und natürlich auch die Person, die ich suche, zu eliminieren. So, nö, das ist mir nix, das ist mir nix, das will ich nicht. Geht will ich auch nicht. Gibt's anständiges hier. Vorne ist eine neue Kabine. Naja, gut, dann nehm ich das doch weiter. Woher hab ich das nicht schon? Naja. Ah, das sieht doch geil aus. Neh mal die. Genau. So, wo befindet sich denn unsere Kontanion hier? Im Korridor Deck C. Und wir sind, wo sind wir eigentlich? Wir sind im Foyer Deck C. Hm, er ist im Korridor, das heißt, muss er hier irgendwo sein. Korridor Deck C. Vielleicht da vorne, vielleicht aber auch hier. Man weiß es nicht, ich nehme auf jeden Fall die Axt noch mit. Jetzt ist er Deck D. Halt, da runter. Und zwar im Korridor Deck D. Da vorne, da ist er. Ja! Ja! Null, meine Waffe! Hä, wo ist er denn hin? Wo ist denn hin? Shit! Wo ist der hin? Der war da gerade mal hier. Wo ist er denn jetzt? Rezeption! Okay! Kacke! Ist der Abgehauende Sack! War er das? Oh, war er nicht? Hier liegt jemand. Prüftasche. Gucken wir mal hier. Muss irgendwas sein hier. Corridor Deck D. Kiste. Was ist das leer? Ja, das könnte auch sein. Uiuiui. Bleib mal stehen. Hey, bleib mal stehen. Na toll, Lea. Super, war ja klar. Der rät hier mal sehr doof. Oh oh. Oh oh. Er hat uns. Mist. Er hat uns vermischt. So, neue Runde, neues Glück. Da ist er. Hier liegen wir. Da sind das Geld auf Sammeln. Na, nehmen wir alles auf. Nehmen die Waffen auf. Spare ich mir das nämlich schon mal alles hier. So. Okay. Parimo Negro Deck C. So. Das ist die lieber leer. Das ist die Axt. Die können wir nicht gebrauchen. So, hinten ist es zu hoch. Wandert. Treppen aus, Treppen aus, Treppen aus. Corridor Deck C. Ich guck mal hier rein. Vielleicht findest du hier noch ne bessere Waffe. Nee. Verkauf mal vielleicht. Uh, nicht. Im Schrank. Ah, ne Pistole. Nice. Ne, pack mal weg das Ding. Das sollst du nehmen. Und die? Kannst du wegschmeißen. Die Pistole habe ich auf der 4 glaube ich. Ne, auf der 5? Die 5. Die 5. Die Pistole. 2. 3. Wo ist die Pistole? Den will ich nicht den Dick. Schmeiß weg. So, Pistole auf die 3. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. So, Deck C. Wo? Deck D in Atoll. Zweite Klasse Kabine Deck D. Junge, Junge, Junge. Kabine 7. 7. 17. 15. Ah, ist das hier vielleicht? Ist das? Ne. Hier, der hier. Ist es der? Oh, bleib mal stehen. Ah. Zeit vorbei oder was? Ne, ist er auch nicht? Doch, war die Zeit vorbei. Neue Runde startet in. Jetzt geht es los. Deck C. Jetzt müssen wir wieder hoch. Gucken, wo hier ein paar Treppen sind. Auf jeden Fall nicht. Hier hinten auch nicht. Hier hinten auch nicht. Komme ich hier hinten lang? Ah, sehr schön. Promenade Deck C, das passt doch. Promenade Deck C. So, so, so. Da bist du also. Das ist er, das ist er. Ey, fenn nicht weg, Soldat. Hallo. Hallo. Das gibt's doch nicht. Hallo. Bleib mal wieder wach. Gibt's doch gar nicht. Ihr pendt hier weg. Kacke. Das ist ja weg. Super. Ganz toll. Na, ach. So ein Dreck. Nur weil du dich schnarchen musst. Das ist ja widerlich. Nimm auf Toilette hier erstmal. So, mal die Hände waschen. Ist hier sowas wie ein Waschbecken. Jawoll. Super. So. Im Glück müssen wir noch nicht noch essen. So, bin ich jetzt hier aufgedeckte? Ja, bin ich. Orang. Das ist er doch. Nee, Moment. Der muss ja irgendwo sein. Dritte Klasse Kabine. Das ist da hinten. Oh, nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Du bist ja im Hut. Muss er hier hinten irgendwo sein. Hm. Ah, da ist er doch. Oh. Da habe ich schon wieder eine Unschuldsperson umgebracht. das gibt es doch nicht. Mist, das haben sie Portemonnaie fallen lassen. Was hatten die dabei gehabt? Nix. Toll der? Auch nix. Super. Aber ich nehme das Portemonnaie. Zack. So, jetzt mal ganz schnell verdünnisieren hier. Ah, da hinten hat er eher geguckt gerade. Der wollte mich doch bestimmt überlegen. Oh, jetzt habe ich schon wieder. Ah, verdammt. Oh, der riecht sich aus hier langsam. Kacke. Oh, nee, das ist mein Mörder. Dreck. Bleib hier. Oh, so. Bleib hier. Wo ist denn hin? Da ist der Rindgerand, der Schweinehund. Oh. Oder war das jetzt doch nicht? Ups. Ich sollte doch nicht von dem erwartet werden. Okay. Jetzt ist ja die Brücke hier. Ich glaube, von hier aus geht es auch in Maschinenraum. Ist das hier in Hand oder? Ich sollte hier schleunigst raus. Ich muss schon wieder pennen. Oh, nee. Jetzt nicht hier drinnen wegpennen. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Nein. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Tod. Tod durch Erpennen. So, Meister. Machen wir mal hier was trinken. Hey, wie sehe ich denn aus? Ist ja widerlich. So, Schiff von vorne. Oh, hier schönes Kasten mit einer Leuchtkugel. Geil. Die nehmen wir doch mal. So. Ist ja traumhaft hier. Ist ja wie Titanic. Geil. Hallo. Oh, hier. Check. 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 Huhuhu. Sieht schon geil aus, ja. So, wieder zurück. Wir müssen ja schließlich wen töten. Back C. Die Alte müssen wir töten mit dem Hut. Mit dem Hut. Da ist er doch. Brenn. Brenn. Mist. Shit. Komm schon. Wo bist du hin? C-Deck. D-Deck. D-Deck. Oben. Oben ist die hin. Oben. 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 Ah, ist jetzt wieder. Nee. Das gibt's doch nicht. Wieso bin ich gebannt? Ach, Dreck. Gut, Leute. Ich wollte sagen. Das war's. Lass ein Lippchen da. Einen Kommentar oder ein Abo. Wenn ihr euch nicht mehr so wollt. Ich bin raus. Bis aber. Ciao. Euer Flasch. Euer Flasch. Vielen Dank.